Herzlich willkommen zu einem neuen Video unserer Videoreihe zur Differenzialrechnung. Heute werden wir uns damit beschäftigen, wie wir zu einer gezeichneten Funktion ihre Ableitungsfunktion finden können, beziehungsweise ihre Ausgangsfunktion. In unserem ersten Beispiel ist die eigentliche Funktion gezeichnet und wir wollen zu jener über die gezeichnete Funktion ihre Ableitungsfunktion konstruieren. Hierzu müssen wir auf einige Dinge achten. Wir wissen ja, dass die Ableitungsfunktion stets angibt, wie stark die Funktion in einen Believing-Punkt steigt. Fangen wir mal ganz von vorne an bei dieser Funktion. Wir sehen, unsere Ausgangsfunktion beginnt am Anfang linear zu steigen. Wir können uns davon überzeugen, indem wir einfach sehen, dass wir einen linearen Anstieg haben. Zwischendurch wechselt der Anstieg dann mal. Eine Frage, die wir uns zu Beginn stellen müssen, ist, wie stark denn nun der Anstieg ist. Dies können wir teilweise ein wenig nach Gefühl ablesen. Wir können auch einen Punkt einsetzen und schauen, wie stark die Tangente in jenem Punkt steigt. Oder wir machen es, wie schon gesagt, zu Beginn einmal nach Gefühl. Wir sehen ja, wir haben hier eine 1 und hier unten haben wir auch die 1. Und so können wir erkennen, dass die Funktion zu Beginn genau die Steigung 1 hat. Denn wir wandern bei x einen Schritt nach rechts und wandern genau einen Schritt nach oben. Und damit haben wir k ist gleich 1. Das heißt, wir können unsere Ableitungsfunktion beginnen bei 1 zu zeichnen. Nun müssen wir nach der Stelle suchen, wo die Funktion eben so etwas wie einen Knick macht, also wo die Steigung abnimmt. Dies können wir auch ungefähr bei der Stelle 1 ausmachen, dass dies der Fall ist. Aber zeichnen wir zuerst einmal unsere 1 ein. Wir können die Ableitungsfunktion zu Beginn konstant zeichnen, da die Steigung ja konstant 1 bleibt, da die Funktion ja linear ist. Beginnen wir also mal mit einer Konstante. Bis circa zu 1 hin. Nun macht die Funktion einen leichten Knick und die Steigung nimmt ab. Ihr seht bereits, dass einige interessante Punkte eingezeichnet wurden. Bei A und B handelt es sich um sogenannte Extrempunkte. Von Extrempunkten wissen wir bereits, dass sie in der Ableitungsfunktion die Steigung 0 haben. Sprich, wir wären bei 3 und bei der 5 eine Nullstelle haben. Weiters können wir beobachten, dass die Funktion zwischen A und B konstant ist. Sprich, die Ableitung wird hier gleich 0 bleiben. Zeichnen wir einfach mal dazwischen die Funktion ein. Und eben jetzt von unserer Konstanten ausgehend bis hin zu unserem nächsten Konstantenabschnitt beginnt unsere Funktion, wie schon gesagt, weniger stark zu steigen. Das heißt, die Steigung ist nicht mehr konstant 1, sie ebbt immer und immer und immer mehr ab, bis sie schließlich 0 wird. Das heißt, wir werden hier jetzt keine konstanten Striche machen, sondern so einen leichten Bogen. Zu Beginn steigt sie noch stärker, dann nehmt sie immer und immer mehr ab, bis sie schließlich so gut wie ganz abeppt und dann in Punkt 3 schließlich komplett 0 wird. Dann machen wir das überflüssige Weg. Nun können wir weiterschauen. Ein nächster sehr interessanter Punkt ist für uns der Punkt W. Beim Punkt W handelt es sich um einen sogenannten Wendepunkt. Wir wissen bereits, dass ein Wendepunkt ein Extremer in unserer Ableitungsfunktion ist. Da im Wendepunkt die Steigung bzw. der Abfall der Funktion am stärksten ist. Also haben wir bei W einen sogenannten Extrempunkt. Die Frage, was wir uns als nächster stellen müssen, ist, naja, wie stark fällt denn nun unsere Funktion bei W? Das heißt, wo liegt denn unser Extremer im negativen Bereich von Y? Wir können eben auch hier jetzt eine Tangente einzeichnen und dann ablesen, wie stark diese fällt. In unserem Fall wäre dies ca. 0,8. Also ganz genau kann man das ja sowieso nie wirklich feststellen. Es soll ja nur eine Skizzierung sein. Sprich also bei W, das würde ich ungefähr erwischen, sind wir bei 0,8. Wir markieren uns das mit einem Punkt. Beziehungsweise minus 0,8, um eigentlich genau zu sein. Auch hier können wir beobachten, dass die Funktion zu Beginn etwas leichter fällt und dann immer stärker fällt zum W hin. Deshalb werden wir auch hier einen Bogen haben zu Beginn, der dann zu unserem Extremum hin immer stärker fallen wird. Beziehungsweise dem Extremum dann selbst natürlich abnehmen wird, weil wir auch wieder nach oben müssen. Das heißt, wir haben hier sozusagen unser Extremer der Ableitung. Nach unserem Wendepunkt nimmt der Abfall der Funktion ja wieder ab. Deshalb wandern wir dann, sobald wir zu unserem nächsten Extremum kommen, zu unserem Cäsar, wieder nach oben Richtung 0. Also, schlagen wir wieder einen Bogen ein, markieren uns mal unser C, welches ca. bei 7,5 liegt. Ein bisschen daneben vielleicht. Markieren wir uns auch diesen Punkt und schießen sozusagen dann wieder nach oben. Ich zeichne jetzt einfach mal von oben weg. Und wir können eben beobachten, dass wir, umso weiter wir nach oben kommen, immer weniger stark fallen. Und schließlich der Fall der Funktion abnimmt. Sollte dann ca. so aussehen. Ich würde sagen, es ist nur eine Skizze. Und dann vom C aus weg, beginnt unsere Funktion wieder zu steigen. Und wir zeichnen einfach sozusagen auch hier, da wir kein Extremum mehr oder so an keinen markanten Punkt mehr haben, unsere Funktion einfach weg. Und wir deuten irgendwie an, dass wir immer stärker und immer stärker steigen. So hätten wir jetzt die Ableitungsfunktion zu unserer eigentlichen Funktion skizziert. Ihr seht bereits, es ist immer wichtig, auf einige markante Punkte zu achten. Diese mal zu markieren grundsätzlich. Von denen aus gehend dann die Ableitungsfunktion zu zeichnen. Kommen wir nun zur Umkehr des Ganzen. Dieses Mal wollen wir aus unserer Ableitungsfunktion die Ausgangsfunktion rekonstruieren. Also wir wollen von F' zu F gelangen. Wir legen ferner fest, dass F von 0 gleich 0 ist. Also, dass unsere Funktion faktisch durch den Ursprung geht. Dies legen wir fest, da es ja unendlich viele Stammfunktionen geben kann. Was eine Stammfunktion ist, werdet ihr noch genauer kennenlernen. Also wenn wir in diesem Kontext, weil ich habe gar nicht gesagt, was eine Stammfunktion ist, die Funktion F betrachten, von unserer Funktion F' ausgehen, so bezeichnen wir F als Stammfunktion. Normalerweise wird hier auch ein großes F geschrieben. Aber wie schon gesagt, das lernt ihr noch genauer. Um die Funktion jetzt besser skizzieren zu können, zeichnen wir mal durch unser A und durch unser B eine senkrechte Linie. Und auch nach unten, da wir ja noch nicht wissen, ob es sich um einen Hoch- oder einen Tiefpunkt handelt. Das gleiche bei B, auch hier haben wir ein Extremum. Wieso haben wir hier ein Extremum? Vielleicht bin ich das auch noch schuldig, aber das solltet ihr eigentlich schon wissen. Wir haben hier ein Extremum, weil unsere Ableitung 0 ist. Eigentlich haben wir ja nur ein potenzielles Extremum, aber wir sehen ja schon anhand unserer Ableitungsfunktion, dass hier ein Extremum vorliegt. Um genau zu sein, liegt hier ein Hochpunkt vor. Denn wir haben zuerst, ist eben unsere Ableitungsfunktion monoton fallend. Und danach ist sie dann monoton steigend. Zuerst ist sie monoton steigend, Verzeihung. Und danach ist sie dann monoton fallend. Wir haben also einen Übergang in der Monotonie. Sie ist dem monoton steigend im ersten Bereich. Da die Ableitung hier positiv ist, also das y von der Ableitungsfunktion positiv ist. Und im dritten Abschnitt ist es hier im Negativ, deshalb ist die Funktion dann monoton fallend. Versuchen wir jetzt mal unsere Funktion zu skizzieren. Wir sehen, dass unsere Ableitungsfunktion zu Beginn ganz ein großes y hat. Sprich also, dass unsere Ausgangsfunktion am Anfang sehr stark steigt. Und dass die Steigung dann immer und immer mehr abnimmt, bis sie schließlich bei A abflacht. Versuchen wir das mal zu skizzieren. Zu Beginn haben wir also einen sehr starken Anstieg, welcher immer und immer und immer mehr abnimmt. Bis wir schließlich dann in unserem Extremum ankommen, wo wir eine waagrechte Tangente haben. Wir haben auf gleicher Höhe eine weitere waagrechte Tangente von unserem b, da wir sehen, dass zwischen den Beinen Hochpunkten die Funktion konstant verläuft, da die Steigung nicht zunimmt, beziehungsweise da sie nicht abnimmt. Sie bleibt einfach null. Also haben wir hier eine waagrechte Verbindungslinie zwischen den Beinen Maxima. Wir sehen, dass unsere Funktion dann hier im dritten Abschnitt monoton fallend ist. Sie fällt linear monoton bei unserer Ableitungsfunktion. Was aber heißt, dass es immer stärker und immer stärker fällt, umso weiter wir nach rechts wandern. Also müssen wir dies in unserer Skizze berücksichtigen. Wir werden so dann auf einen zirka-quadratischen Verlauf kommen, der dann ungefähr so aussehen wird. Damit hätten wir unsere Stammfunktion zirka skizziert. Was vielleicht noch wichtig ist, eben die Höhen, die ihr hier seht, also wo sich die Maxima befinden, diese lassen sich nicht genau rekonstruieren. Die sind quasi nur abgeschätzt, eben nur skizziert. Man könnte natürlich mit dem Computer sie genauer berechnen, aber auf das kommt sie in unserem Kontext nicht an. Es kommt wirklich nur darauf an, dass ihr in der Lage seid, eben eine Stammfunktion oder eben wie oben die Ableitungsfunktion ungefähr zu skizzieren. Auch bei der Ableitungsfunktion sei vielleicht erwähnt, dass es eben auch nicht ganz so wichtig ist, auf welcher Höhe sie sich nun, beziehungsweise bei welchem Y-Wert sich nun die Extremen dieser befinden. Es kommt wirklich mehr darauf an, dass ihr eine Skizze konstruieren könnt. Damit wären wir am Ende dieses Kapitels angelangt, also am Ende des Beispiels und am Ende des Kapitels damit. Ich hoffe wie immer, dass es für euch lehrreich war und dass wir uns im nächsten Video wiederhören. Bis dann.